Dir will ich folgen, wohin du gehst, stets bei dir bleiben, wo du auch stehst. Du bist mein Meister, mein Gott, mein Herr, du bist mein Meister. Was muss ich tun, um mich zu bekehren? 1. Sündenerkenntnis 2. Sündenbekenntnis Das heißt, dem Herrn Jesus sagen, dass man völlig verderbt und verloren ist. 3. Dem Herrn Jesum sagen, dass man ihn als Opfer und Retter braucht, der für meine Sünden ins Gericht Gottes gegangen ist. 4. Zu ihm im Glauben umkehren, sich also trennt von der Welt und ihrer Politik und den bösen, gottfeindlichen Vergnügen. 6. Und ihren religiösen Systemen durch Erkenntnis der Gedanken Gottes. 7. Indem man das Wort Gottes liest und studiert und mit anderen Bekehrten zu ihm, dem Herrn Jesum Christus, betet. 8. Ihn anbetet. 9. Und sich über das Wort Gottes austauscht. 10. Zehntens. Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus gibt. 10. Lieber Leser, dieser Zuhörer, wenn Sie noch Fragen haben, einfach gern in die Kommentarzeile vom YouTube und ich werde versuchen, Antwort zu geben. 10. Dir will ich folgen, wohin du gehst, stets bei dir bleiben, wo du auch stehst. 10. Du bist mein Meister, mein Gott, mein Herr, du bist mein Retter, den ich verheir. 12. 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 Du bist mein Retter, den ich verheir. Untertitelung des ZDF, 2020